Hallo, ich bin Alexandra von Rohr, Leiterin des Sprachkurskurs. Seit 1995 unterrichten wir hier deutsche Intensivkurse und jetzt seit 2008 auch Englischkurse. Die Englischkurse bei uns sind in Kleingruppen bis nur maximal vier Personen oder im Einzelunterricht. Sie können sich dann entscheiden, ob Sie den Unterricht in der Schule gerne besuchen möchten oder in der Firma oder auch vielleicht online, via Skype. Unsere Dozenten im Englischkurse sind alle Wundersprachler. Sie kommen aus den USA, aus Kanada und aus England. Und Debbie aus England ist heute auch hier und wird sich kurz mal vorstellen. Hallo, mein Name ist Debbie, ich bin ein Englischteacher bei Treffpunkt und ich wollte Ihnen ein bisschen über unser Englischprogramm hier in der Schule erzählen. Wir haben drei verschiedene Kursen. Wir haben eine General Englischkurs für jemanden, der will alle Aspekte der Englischkurs. Wir haben Business Englisch. Diese Kursen haben eine Fokus auf e-mails, auf Telefonen Conversations, auf Präsentation und Negotiations und so weiter. Und finally, wir haben Preparation Kurses für Exams. Diese sind für Leute, die vielleicht eine bestimmte Exams brauchen, wie Teufel oder IELTS. Und diese sind sehr intensiv Kursen. Und wir fokussieren, auf die Requirements der Exams wir brauchen. Für uns, Ihre Learning Goals sind eine Priorität. Und das bedeutet, wir arbeiten nur mit sehr kleinen Gruppen, von drei bis vier Leuten. vielleicht mit einigen Gruppen, die mit einigen Gruppen wollen, die mit einigen Gruppen wollen, die mit einigen Gruppen wollen, oder mit einigen Gruppen. Das bedeutet, wir können dann die Materialien die Ihre Worte genauer benötigen, und damit Sie können Ihre Worte schnell und effiziently erreichen, wie möglich. Whatever it is, you want to achieve, I can promise you a lively and entertaining lesson. Come to us, and find out for sure, if your English really would katamasu.